Mrs. de Kock, meine Mandantin, ihr ehemaliges Dienstmädchen, wird beschuldigt, diese Sachen aus ihrem Schlafzimmer gestohlen zu haben. Darf ein Eingeborener mich derart ansprechen? Er ist der Verteidiger der Angeklagten, Ma'am. Aber wenn Ihnen das unangenehm ist, können Sie Ihre Antworten an mich richten. Vielen Dank, Euer Ehren. Mrs. de Kock, woher wissen wir, dass diese Gegenstände nicht aus dem Besitz meiner Mandantin stammen? Ich verstehe nicht, was sagt er? Nun, was ich sagen will. Können Sie diese Gegenstände als Ihre identifizieren, Mrs. de Kock? Sie scheinen unsicher. So muss ich nicht mit mir reden lassen. Das ist ekel erregend. Wenn ich gewusst hätte, dass ich vor einem ordentlichen Gericht so beleidigt werde, wäre ich niemals gekommen.